Hallo liebe Leute und Willkommen zurück zu Minecraft! So, beim letzten Mal, also da bin ich wieder. Ich hatte jetzt eine längere Pause. Aber da bin ich wieder. So, und es geht wieder weiter. Ja, wo haben wir denn aufgehört? Ja, 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 ich, äh... Ich sehe es. Ah, und da, genau. Mhm, 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 okay, gut. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ah ja, doch, da hinten wollte ich noch was hinbauen. Ja, das kommt noch, aber ein andermal. Heute machen wir was anderes. Und zwar will ich gerne hier erst noch was zu Ende bauen, hier. Nämlich diesen kleinen Weg hier. Ich habe mir ein bisschen überlegt, wie ich das machen könnte. Aber ich will gerne vorher noch etwas anderes machen. Nämlich hier eine Druckplatte hinmachen. Denn das nervt mich immer, wenn da keine ist. Und ich hätte gerne eine aus Stein. Und ich glaube, ich muss die aus diesem Material hier machen. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich meine... Hm... Hallo! So, jawohl, genau. Eine genügt. Plöpp, einfach mal da hin. Jawohl, so, die Steine sammle ich wieder ein. Und dann... Ah, es wird wieder dunkel. Ach, kaum habe ich angefangen, wird es wieder dunkel. Achso, ne, da muss ich jetzt ja nicht... Ich kann einfach durchlaufen. So. Ähm, diese Dinge hier sollen weg. Oh, das ging aber schnell. Sehr gut. So, wo haben wir sie denn? Hier. Die kommen nämlich da oben hin. Ich muss da ja ein bisschen Platz machen. Jetzt muss ich schauen. Die will ich gerne... Ähm... Da hin. Und das andere da hin. Jawohl, wunderbar. So ist es gut. Ähm, die Rosen müssen leider auch weichen. Oh, da sind noch eine. Ja, auch diese muss weichen. Und ich muss... Habe ich noch ein bisschen... Nö. Steine habe ich keine mehr. Ich brauche hier noch Mauer. Moment mal, wieso habe ich denn da... Das Inventar ist leer. Also so gut wie... Na, das brauche ich und das brauche ich. Ich... Oh, das Gatter nehme ich auch mal mit. Das kann ich da vorne noch reinbauen. Ach, es ist dunkel. Naja, so gut wie. Komm, wir bauen einfach noch schnell das... Ah, Moment. Ich kann ja da drüben noch eine Rose hinpflanzen. So, hier. Da, da und dazwischen das Gatter. So, und jetzt noch eine Rose dahin. Und dann gehe ich mal schnell ins Bett. So. Bevor mich noch irgendwas abholt hier. So. So. Rein da. Okay. Ha. Da haben wir den morgen wieder. Ähm... Ja, Steine habe ich schon da. Okay. Und das ist krass. Stört. Überall ist hier krass. Es stört mich. Sonst mag ich es sehr gerne. Aber hier stört es mich gerade. So, jetzt muss ich... Oh, Schaufel. Oh, ja. Ich muss also auch bald wieder eine neue Schaufel machen. Na gut, was solls. Ähm... Ja. So, das muss ich alles ein wenig unterfüttern. Ähm... Ich würde sagen, da machen wir auch noch was hin. Und dann geht es hier mit dem Weg weiter. Einfach da so schräg hier rüber. Denn da haben wir ja schon was gebaut hier. Mal schauen... Na, ich will raus hier. So. Ob das denn so passt. So, so, so. Und ansonsten müssen wir eben... Ah, guck mal. Da ist das Holz. Von unten. Was wir da unten haben. Der... Der Verkaufsstand und überhaupt einfach die Decke da. So. Wie sieht das aus? Wenn man hier reinkommt... So... Oh... Ne, das ist doch nicht so gut. Da muss noch was hin. So. Und... Oh, da natürlich auch. So. Aber ich glaube, das passt hier so. Ja. Ja, doch. So gefällt mir das. Okay. Jetzt haben wir hier noch diesen Seiteneingang. Wo man dann hier hin kann. Ah, Mensch. Was habe ich denn wieder? Ja, ich habe gerade vorhin noch was gegessen. Vielleicht hat es damit zu tun. Und dann kann man da runter gehen. Mhm. Oder hier. Geradeaus. Ah, komm. Wenn man dann befugt ist... Dann... Da könnte ich eigentlich noch so ein Schild hin... Nein. Ich wollte das krass weg haben. Gut. Habe ich jetzt auch. Aber... Dafür habe ich auch Steiner. Zutritt nur für Befugte. Ja. Könnte man machen. Aber dann müsste ich den Fackel wegmachen. Ach ne. Ich lasse es einfach mal. So, okay. Das war das, was ich hier noch gerne machen wollte. Und das müsste man noch ein bisschen schöner machen hier. Und da kann auch noch was hingebaut werden. Und dann wollte ich gerne... Erstmal wieder die Sachen da weg. Brauche ich jetzt ja gerade nicht. So. Das kommt einfach mal weg hier. So. Und dann... Ja. Das kaputte Werkzeug. Okay. Aber... Was ist denn das hier? Das kommt mir so bekannt vor. War das das letzte Mal auch schon da? Hm. Moment. Schaufel. So. Jetzt habe ich eine ganz normale Erde hier. Ja. Jetzt haben wir wieder... Ganz normale Erde. Okay. Gut. Na ja. Ich weiß nicht, was es war. Einen Textur-Artefakt. Ähm. Also ich will... Um jetzt endlich mal mit der Sprache herausrücken. tatsächlich jetzt hier wieder weitermachen. Ich habe zwar keinen großartigen Plan, was ich jetzt hier machen will. Aber... Immerhin so eine... So eine grobe Idee. Immerhin das. Und zwar habe ich vor... Dass ich... Also der übergeordnete Plan ist einfach der... Dass ich hier... Ähm... In der ganzen Ecke hier so... Mal hier, mal dort irgendwas Nettes hinbaue. Mal so ein kleines Blumenfeld oder mal noch ein Baum oder sowas. Oder hier sowas umgefallenes. Ähm... Das will ich gerne machen. Und dazwischen... Natürlich auch eine Sitzecke oder sowas. Und ähm... Den ein oder anderen Weg damit rein. Aber... Nur ganz wenig. Ganz sperrlich. Und damit soll es eigentlich auch gut sein. Hier zum Beispiel so dieses Sonnenblumenfeld. Dass ich... Ich war ja mal hier und habe mich hier umgeschaut in der Kopiewelt. Und dann... Das fand ich einfach ganz schön hier so. So. Aber ich wollte auch gerne noch hier... Bäume fällen. Und da noch ein bisschen mehr Platz haben. So. Oh. Was ist das hier? Ähm... Ja. So. Ähm... Wo... Da war das. Ja. Da muss ich ein bisschen Erde reinschmeißen. Erstmal mich selbst um die Sachen... Oh. Guck mal. Da ist ja eine Höhle. Moment. Ich hole mal eben das Zeug hier noch. Ähm... Ja. Hallo. Raus jetzt hier. So. Ähm... Ich komme da so gar nicht rein. Da war doch gerade noch ein Schweinchen da. Da. Ah. Da haben wir es ja. Boah. Okay. Ah. Moment mal. Da... Hinter mir ist ja... Da ist... Da ist eine Mine, so wie es aussieht. Aha. Und da ist er schon zu Ende. Naja. Okay. Gut. Wenn wir schon hier sind... Dann bauen wir auch gleich... Fackeln... Ähm... Kohle ab. Ist mir ein bisschen zu dunkel hier. Ich will gerne... Da auch noch was hin haben. Äh... Ja. Achso. Ein richtiges Werkzeug holen. Ach. Das ist wieder so ein großes... So ein großer Flötz hier. Aber gut. Ich will mich ja nicht beschweren. Äh... Es dauert natürlich jetzt eine Weile, bis das abgebaut ist. Ja. Natürlich keine Ewigkeit, aber... Eben... Eine Weile. Und ich wollte ja eigentlich wieder raus. Oder zumindest mal zum anderen Ende laufen. So. Dann auch wieder raus hier. Okay. Da vorne war noch Eisen. Das nehme ich natürlich auch mit. Gut. Da ist noch mehr Eisen. Und noch mehr. Oho. Noch mehr. Ja gut. So. Das war's aber mit Eisen. Oh. Und da ist noch Kohle. Ja gut. Kann ich nicht liegen lassen. Na ja. So ein bisschen Kohle haben. Ist nie verkehrt. Oh ne. Das wollte ich gar nicht. So. So. Was gibt's denn eigentlich Neues? Äh... Ja. Irgendwie noch nicht so viel. Ich habe meinen Urlaub jetzt geplant und gebucht. Also die Pension. Fahrkarten muss ich mir noch holen. Ich habe ja vor kurzem darüber gesprochen. Ich will nach Schierke. In den Harz. Ähm... Alles soweit gut. Ich muss nur noch die Fahrkarten holen. Äh... Ach. Da oben noch. Ansonsten gerade noch mal mit einem Freund telefoniert. Wegen Edersee. Edersee ist ja dieses Jahr auch wieder. Ähm... Äh... Ne, 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 ne. Du gehst jetzt hier nicht in die Luft. Hier. Da ist ein Schweinchen. Das... Das soll keinen Schaden nehmen. Wenn dir einer Schaden nehmen soll, dann du. Oder die Höhle. So. Okay. Dem Schweinchen geht's gut. Äh... Es wird noch ein Problem, wenn das raus so... Ähm... Schaffen hier. Aber ansonsten ist hier nichts. Na? Nach oben auch nicht. Da habe ich... Da habe ich Kohle oder was abgebaut. Hier. Auch. Oder Eisen. Oder wie auch immer. Ja, okay. Aber da ist ja so eine Mine hier da. Seht ihr? Das will ich doch mal eben erkunden. Pack mir da nochmal eine Fackel hin. So, also... Okay. Zurück zu Edersee. Ähm... Zeitplan... Termin steht noch nicht hundertprozentig fest. Aber wahrscheinlich... Ist es im Juli. Ich musste noch... Ich musste noch eine Fackel hinsetzen. Ähm... Müssen wir eben noch Rücksprache halten mit den anderen. Es sind ja nicht nur zwei Leute, die ich irgendwann... Sondern ein paar mehr. Ach... Schön, dass ich mal wieder Eisen finde. Ja, also... Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ansonsten wird das so sein wie... Hm... Wie im letzten Jahr auch. Ist das jetzt... Ne... Das muss unter mir sein. Ich will das jetzt finden. Ich baue mich jetzt einfach mal da nach unten. Das muss aber doch jetzt gleich kommen. Oder ist das über mir? Ne... Das ist doch nicht über mir. Mein Werkzeug geht gleich kaputt. Hm... Ne, ich muss nach unten bauen. Jetzt bin ich schon... Wie tief bin ich jetzt? Bei 39. Ja, ich setze da noch mal eine Fackel hin. Ähm... Ich wollte doch eigentlich was ganz anderes machen. Jetzt sitze ich wieder hier in der Höhle und baue... Äh... Kohle ab und suche... Äh... Und suche Gänge, die ich nicht finde. Dafür finde ich Kohle. Das ist ja auch nicht verkehrt. Äh... Okay, haben wir da noch was? Ja, da war noch ein Stück. Also das kann doch nicht sein. Da... Da haben wir den Zugang. Ja, endlich. Äh... Moment... Das wollte ich gar nicht... Ach komm, Risiko. Einfach mal drunter sprengen. Oh, als Spawner. Ich muss sofort Licht machen. Was? Was macht da diese Geräusche? Das gefällt mir gar nicht. Die sind ja echt gruselig. So, aber es ist hier hell genug. Ah, da ist ja noch ein Spawner. Aber da ist Lava. Aber... Und der wird von der Lava nicht zerstört. Das ist ganz gut. Okay. Ich kann die leider nicht abbauen. Das Geräusch nervt. So. Ich mach hier mal... Da was hin. Dann kann ich da... Genau. Dann kann ich da drüber. Äh... Ich würde gerne auch diese Spinnweben abbauen. Aber jetzt nicht unbedingt die Lava, ne? Hm. Äh... Ich mach mir einfach einen Wegpunkt hin. Ähm... Das war da. Genau. Äh... Hinzufügen. So. Spinnens... Äh... Spurs. Spawner. Ich glaube, das ist der zweite jetzt. Wir haben ja schon mal einen. So. Da. Ähm... Y mach ich, äh... Ähm... Ja, mach ich auf 29. So. Bestätigen. Eins höher. So. Und ausschalten kann ich den auch. Letzter Todesbuch... Ach, das war das. Genau. Moment, aber da steht's. Hab ich jetzt grad ne 1 gedrückt oder ne 2? Ähm, ne 1. Denn hier steht ne 1. Ich wollte natürlich ne 2 drücken, aber... Ja. Ja. Das ist jetzt auch egal. So, fertig. Das Geräusch nervt. Ich mein, ich find's irgendwie cool, aber... Das ist schon irgendwie gruselig. Naja, gut. Okay, dann haben wir das gefunden. Was haben wir denn da? Moment, wo geht's eigentlich hoch? Ne, das ist ja auch mal so... Ne interessante Frage. Hier doch. Nö, doch nicht. Ich sollte... Das war irgendwo in der Nähe von... Von Holz. Ach, hier, da. Okay, ich werde mir Fackeln hinsetzen. So. Okay. Jetzt geh ich wieder in die Höhle und habe keinen Schild mit, ne? Oh, da vorne ist... Das sieht mir nach Werkbank aus, da vorne. Das ist ne Werkbank. Hab ich die hingestellt? Oh, Moment mal. Ich guck mal eben da noch um die Ecke. Okay. Ähm. Werkbank. Hier. Da steht auch ein Ofen. Ähm. Was? Da ist sogar Eisen drin und Kohle. Ähm. Ja, gleich einsammeln. Wie kommt das hier hin? Da hinten ist... Moment, das sind ja auch Fackeln hier. Hier. Also, ich war hier schon mal. Ich kann mich erinnern. Wo sind wir denn auf der großen Karte? Oh, da? Hm. Ähm. Vor Ewigkeiten war Mammut hier und Tülsoft und wir haben da... Wir sind da unter dem Kulturgarten in den Untergrund gegangen. Aber wir kamen doch nicht bis hier hin. Ja, oder doch. Ich weiß es nicht. Oder ich war mal alleine hier. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall war da jetzt grad was. Offensichtlich. Da haben wir ja gesehen. Hm. Also, da muss ich hin. Da sind die Fackeln. Ich will mich einfach noch gerne ein bisschen umsehen. Ja, gut. Das verzweigt sich jetzt immer weiter. Okay. Dann gehen wir wieder nach oben. Und da, das hat ja auch jemand gebaut. Hm. Naja, okay. Gut. Also, lasst uns wieder nach oben gehen ans Tageslicht. Ähm. Müsste dann hier gehen. So. Ich muss mich jetzt wieder hochbauen. Äh. Ich... Moment. Hier. Ah, genau. Okay. Ja, gut. Äh. Und wo geht's jetzt hin? Ah, ne. Da komm ich ja nicht hoch. So. Äh. Da auch nicht. Äh. Na gut. Dann muss ich eben... den Weg freimachen. So. Äh. Weiter nach oben. Moment. Ich komm hier nicht so ohne weiteres hoch. Äh. So. Okay. Okay. Da noch ein bisschen höher. Nö. Da lang. So. Dann dürfte ich ja schon fast wieder oben sein. Ja, genau. Hier bin ich wieder. Okay. Ach, mach doch nicht so gruselige Geräusche, ey. Das ist ja... Das ist ja... Zum Fürchten ist das ja hier. Außerdem ist jetzt Nacht. Ich muss was essen. Wo ist denn das Schweinchen jetzt hin? Das ist... Äh. Das ist noch hier. Ähm. Okay. Ich baue mal einen... Ähm. Einen Aufstieg für das Schweinchen. Also wenn es will, kann ich... Kann es jetzt... Oh. Kann es jetzt hier rauf? Nee. Also... Ich glaube, wir bleiben noch ein bisschen hier unten. Das ist ja unten.